Die Covid-19-Pandemie hat sich in Deutschland in den vergangenen Wochen weiter verschärft. Laut Robert-Koch-Institut sind die aktuellen Fallzahlen höher als alle Werte, die auf den Höhepunkt der vorangegangenen Erkrankungswellen verzeichnet wurden. Vor diesem Hintergrund haben sich die Fraktionen mehrheitlich darauf verständigt, die bisher geltende Maskenpflicht im Plenarsaal und auf den Tribünen, um eine Maskenpflicht am Platz zu erweitern. In meiner gestern in Kraft gesetzten Allgemeinverfügung zur Maskenpflicht und zur Geltung der 3G-Regeln ist daher die Ausnahme, wonach die Maske im Plenarsaal am Platz abgelegt werden kann, nicht mehr vorgesehen. Vielmehr gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske nunmehr auch am Platz und lässt Ausnahmen allein für die amtierenden Präsidentinnen und Präsidenten sowie für die Rednerinnen und Redner am Redepult und an den Saalmikrofonen zu. Die Ihnen bekannten Vorschriften zur Befreiung von der Maskenpflicht aus medizinischen Gründen sind unverändert geblieben. Wir kommen nun zur Abstimmung über die erweiterte Maskenpflicht im Plenarsaal als Teil unserer parlamentarischen Ordnung. Wer stimmt dafür? Das sind die Fraktionen Die Linke, SPD, Bündnis 90 Die Grünen, CDU, CSU, FDP. Gegenstimmen? Die AfD-Fraktion. Enthaltungen? Sehe ich keine. Damit ist die erweiterte Maskenpflicht im Plenarsaal als Teil unserer parlamentarischen Ordnung beschlossen. Und deswegen gucke ich jetzt auch gerade so ein bisschen, ob wir auch alle bitte die Maske jetzt hier im Saal und auf den Tribünen oben tragen. Die Fraktionen der SPD, Bündnis 90 Die Grünen und FDP wollen von der Drei-Tage-Frist für den Beginn der Beratung des Gesetzentwurfes zur Stärkung der Impfprävention gegen Covid-19 und zur Änderung weiterer Vorschriften im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie abweichen. Dafür ist gemäß § 78 Absatz 5 in Verbindung mit 126 unserer Geschäftsordnung eine Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder erforderlich. Wer stimmt dafür, den genannten Gesetzentwurf heute zu beraten, also von der Frist für den Beginn der Beratungen abzuweichen? Ja, die künftige Ampelkoalition möchte hier quasi im Eilverfahren des Infektionsschutzgesetz noch einmal ändern, heute die erste Beratung. Und diese Fristverkürzung ist jetzt hier mit Mehrheit beschlossen worden. Enthaltung sehe ich nicht. Damit ist, sehe hier ein Vernehmen auch, dass damit die Verkürzung der Beratungsfrist mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit beschlossen ist. Ja, üblicherweise muss eine Drucksache auch an solcher Gesetzentwurf, wie er heute beraten wird, mit einer Vorlaufzeit dem Deutschen Bundestag den Abgeordneten vorliegen. Aber man kann diese Frist verkürzen, dass es gerade passiert. Also in dieser Woche, da ballen sich ja die Ereignisse, überschlagen sich die Ereignisse, eine neue Bundesregierung übernimmt. Morgen soll Olaf Scholz ja hier im Deutschen Bundestag zum Bundeskanzler gewählt werden. Parallel dazu werden weitere Corona-Maßnahmen auf den Weg gebracht, angesichts nämlich hoher Infektionszahlen. Also noch bevor die Ampelkoalition regiert, will der Bundestag heute in erster Beratung über weitere geplante Änderungen im Infektionsschutzgesetz beraten. Ziel ist es, noch in dieser Woche das Ganze abzuschließen, am Freitag im Bundestag hier und am Freitag ebenfalls im Bundesrat. Also worum geht es? Unter anderem sollen zur Eindämmung der Pandemie ja Widerschließung von Gastronomie möglich sein, zudem eine Impfpflicht für Personal in Einrichtungen mit besonders gefährdeten Personen, also beispielsweise in Pflegeeinrichtungen und Kliniken. Und neben Ärzten sollen befristet auch beispielsweise Apothekertier und Zahnärzte bei den Impfungen helfen sollen. Also darüber wird heute beraten, über dieses nochmals geänderte Infektionsschutzgesetz. Und jetzt wird hier abgestimmt darüber, ob heute diese Beratung in dieser Länge vorgenommen wird. In erster Beratung. 67 Minuten sind dafür vorgesehen. Und jetzt geht's los. Die Aussprache und das Wort hat als erstes für die SPD-Fraktion Sabine Dittmar. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Die Koalitionsfraktionen von SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP legen mit dem heutigen Gesetzentwurf erneut ein Maßnahmenpaket zur Bewältigung der Coronapandemie vor. Und lassen Sie mich gleich zu Beginn sagen, ich freue mich auf die Zusammenarbeit in dieser Koalition. Es hat sich bereits jetzt gezeigt, dass die Koalitionsfraktionen entschlossen sind, alle notwendigen Schritte mit Verantwortung und Augenmaß zu gehen, um die Pandemie in Deutschland zu überwinden. Und mit dem Abschluss des Koalitionsvertrages haben wir uns selbst konkrete Aufträge gegeben. Und gleichzeitig haben uns die Länder am vergangenen Donnerstag um mehr Klarstellungen im Infektionsschutzgesetz für mehr Rechtssicherheit bei ihren Coronaschutzmaßnahmen gebeten. Und meine Damen und Herren, die Lage ist nach wie vor sehr besorgniserregend. 36.000 Neuinfektionen, 4.905 Patienten auf Intensivstationen, mehr als die Hälfte davon beatmet. Fast 20 Prozent unserer Intensivbetten sind mit Coronapatienten belegt. Viele davon hätten sich dieses Schicksal mit einer Impfung ersparen können. Das Kleeblatt-System ist aktiviert. Das heißt, Patienten werden innerhalb Deutschlands verlegt, weil die Versorgung im eigenen Bundesland nicht mehr garantiert werden kann. Und auch wenn einige Experten angesichts eines seit einigen Tagen unter 1 befindlichen R-Wertes von einer Stadtnation auf hohem Niveau sprechen und die Trendwende eingeläutet sehen, würde ich mich heute dieser Einschätzung noch nicht anschließen. Zum einen sind Meldezahlen wahrscheinlich defizitär, aber vielmehr Sorge bereitet die noch nicht absehbare epidemiologische Dynamik der Omikron-Variante. Und deshalb ist es gut, dass die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten sich jüngst darauf verständigt haben, die ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln wie 2G, 3G, 2G plus konsequent und bundeseinheitlich anzuwenden. Und Gleiches gilt für strenge Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte im öffentlichen und privaten Raum und das Absagen von Veranstaltungen. Denn, meine Damen und Herren, Bilder von überfüllten Fußballstadien, wenn gleichzeitig Patienten mit dem MediVeq Airbus der Bundeswehr verlegt werden müssen, die sind nicht nur unerträglich, die sind unerklärlich. Und deshalb werden wir heute weitere Änderungen und vor allem Klarstellungen im Infektionsschutzgesetz einbringen. Wir tun dies, damit die Länder lückenlos alle notwendigen Schutzmaßnahmen zur Anwendung bringen können. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wird nochmal klargestellt, dass die Länder natürlich Freizeit- und Kultureinrichtungen, also auch Clubs und Diskotheken schließen können, dass sie Veranstaltungen absagen können und dass darunter auch Kongresse und Messen fallen. Neu geben wir den Ländern die Möglichkeit, auch die Gastronomie komplett zu untersagen und bestehende Rechtsverordnungen auf all der Rechtsgrundlage bis zum 15. Februar 2022 zu verlängern. Neben den Kontaktbeschränkungen, meine Damen und Herren, ist das Impfen unser zentrales Mittel, um vor die vierte Welle zu kommen. Und deshalb die Devise Impfen, 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 Boostern, Boostern, Boostern. Und ich sage auch, wir kommen voran. Zwischenzeitlich erreichen wir wieder fast 800.000 Impfungen täglich, an manchen Tagen auch wieder über eine Million. Das ist gut, aber noch nicht gut genug, um unser Ziel von 30 Millionen Impfungen bis zum Jahresende zu erreichen. Und an dieser Stelle auch mal ein herzliches Dankeschön an alle Impfärzte, Impfärztinnen, aber vor allem an den Teams, die dahinterstehen. Denn Sie haben in den letzten Wochen mit vielen, denn Sie haben in den letzten Wochen mit vielen, denn Sie haben in den letzten Wochen mit vielen, denn Sie haben in den letzten Wochen mit vielen Widrigkeiten vom Impfstoffwechsel bis zu Lieferverzögerungen sich auseinandersetzen müssen. Und ich würde in der Gesamtschau sagen, Sie haben das hervorragend gemeistert. Meine Damen und Herren, wir werden jetzt dafür sorgen, dass der Impfstoff auch zügig dort ankommt, wo er verimpft werden soll. Und mit General Breuer haben wir nun einen erfahrenen Logistiker an der Spitze des neuen Krisenstabes im Kanzleramt, der mit seiner Expertise die logistischen Hämmnisse überwinden wird. Und meine Damen und Herren, damit es zügig vorangeht, erweitern wir mit dem vorgelegten Gesetzentwurf auch den Kreis der Impfberechtigten. Wir schaffen eine gesetzliche Grundlage, damit zukünftig auch Apotheker, Zahn- und Bierärzte vorübergehend zur Durchführung der Covid-19-Schutzimpfung berechtigt werden. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass Sie die vor fachlichen Voraussetzungen mitbringen und eine entsprechende Schulung durchlaufen sind. Und das ist gar nichts Ungewöhnliches. In der Schweiz, in Italien, in Frankreich unterstützen Apotheken schon seit geraumer Zeit die Impfkampagnen. Wir erwarten auch von unseren Ärztinnen und Ärzten, dass sie von ihrer Delegationsmöglichkeit Gebrauch machen. Denn beispielsweise auch Pflegekräfte sind beim Impfen eine wertvolle Unterstützung. Meine Damen und Herren, in der Öffentlichkeit wird seit Tagen viel diskutiert über das Für und Wider einer Impfpflicht. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf verankern wir für die Beschäftigten, die besonders verletzliche Personengruppen betreuen, behandeln, versorgen, eine solche einrichtungsspezifische Impfpflicht. Das gilt zum Beispiel für Beschäftigte in Pflegeheimen, in Krankenhäusern. Sie gilt aber auch in Arztpraxen, Geburtshäusern, Rettungsdienst oder in Einrichtungen der Eingliederungshilfe. Und ja, die Impfung ist ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit. Wir haben diese verfassungsrechtliche Diskussion schon bei der Masernimpfpflicht vor zwei Jahren intensiv geführt. Aber auch das Recht auf körperliche Unversehrtheit der Schwachen und Hilfsbedürftigen ist ein Grundrecht. Vulnerable Gruppen können sich im Allgemeinen nicht aussuchen, von wem sie versorgt, gepflegt oder betreut werden. Aber sie müssen sich doch darauf verlassen können, dass ihnen von dieser Seite Hilfe und Unterstützung zuteil wird und ihnen keine Gefahr für die eigene Gesundheit droht. Und es geht bei der Impfpflicht also um eine Güteabwägung. Und es kann nur eine Antwort geben. Aus epidemiologischer, ethischer und moralischer Sicht ist eine hohe Impfquote in diesen Einrichtungen, in denen es engen Kontakt zu diesen vulnerablen Personengruppen gibt, unabdingbar. Und eine hohe Impfquote, meine Damen und Herren, eine hohe Impfquote brauchen wir aber nicht nur zum Schutz der vulnerablen Gruppen. Wir brauchen sie auch, um nicht immer wieder und immer wieder in einer Dauerschleife von Infektionswellen zu geraten. Denn leider sind die Impflücken in allen Altersgruppen immer noch zu hoch. Und deshalb brauchen wir einen gesamtgesellschaftlichen Schutzwall, damit die Einschränkungen endlich enden können. Und deshalb begrüße ich auch, dass wir zeitnah eine fraktionsoffene Debatte zur allgemeinen Impfpflicht führen werden. Meine Bürgerinnen und Bürger, lassen Sie mich zum Abschluss noch sagen, mit Blick auf den Gesetzentwurf werden sich viele fragen, warum die angekündigte Prämie für Pflegekräfte noch nicht enthalten ist. Ich kann Ihnen versichern, dass wir als Ampelkoalition schnell dafür sorgen werden, dass Pflegekräfte und insbesondere die hochbelasteten Kräfte in der Intensivpflege eine solche Prämie für den enormen Einsatz erhalten. Wir wissen, ein Bonus kann kein wirklicher Ausgleich sein für die beschwerliche Arbeit und den Einsatz für andere Menschen. Aber es soll ein Ausdruck der Wertschätzung sein und es soll allen Pflegenden zeigen. Für uns ist es nicht selbstverständlich, was geleistet wird. Wir sehen die Beschäftigten unter teilweise schwierigsten Bedingungen über ihre Grenzen gehen, um anderen zu helfen. Und deshalb werden wir die Prämie in enger Abstimmung mit allen Beteiligten Krankenhäusern, Altenpfleger, Gewerkschaften gerecht und transparent so schnell wie möglich gestalten. Und hier geht Sicherheit vor Schnelligkeit. Aber ich kann Ihnen sagen, Sie können sich darauf verlassen, dass wir die gesetzliche Regelung sofort zu Beginn des nächsten Jahres anpacken und dafür sorgen, dass die Prämien so schnell wie möglich ausgezahlt werden. Wir bringen heute das Gesetz für Impfprävention ein. Es wird ein sehr komprimiertes Verfahren, das wir mit Fristverkürzung auch dank Zustimmung Teilen der Opposition noch in dieser Woche zum Abschluss bringen wollen. Lassen Sie uns inhaltlich um die Details ringen, aber mit dem festen Willen, Corona mit vereinten Kräften zu besiegen. Herzlichen Dank. Sabine Dittmar war das für die SPD-Fraktion die erste Rednerin hier. Ja, es geht im Plenum heute um eine erneute Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Erst am 18. November hatte der Bundestag ja hier über eine Änderung beraten und entschieden. Mit dem Gesetzentwurf geben SPD, Grüne und FDP auch in Teilen dem Drängen der Länder nach, wieder mehr Einschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie zu erlauben. Stefan Stracke für die CDU-CSU-Fraktion hören wir jetzt. Grüß Gott, Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren, werte Kolleginnen und Kollegen! Zum zweiten Mal innerhalb von vier Wochen müssen wir uns mit einer erneuten Änderung des Infektionsschutzgesetzes beschäftigen. Bereits der erste Gesetzesentwurf der links-gelben Koalition hatte massive Lücken. Er wurde nicht der Lage, die wir haben im Land aufgrund von Corona gerecht. Wir haben Nachbesserungen gefordert. Auch die Bundesländer haben dies getan, gerade auch vonseiten der grünen Gesundheitsminister in den Ländern. Sie haben nachgebessert. 63 Seitenänderungsanträge haben Sie damals zum 18. November vorgelegt. Jetzt bessern Sie erneut nach. Sie legen erneut ein Reparaturgesetz vor. Das folgt immer dem gleichen Muster. Sie schließen Lücken und versuchen, Lücken zu schließen, die Sie selber aufgerissen haben. Sie handeln zu spät und sie handeln zu wenig. All das wäre nicht nötig, wenn Sie auf uns gehört hätten. Denn das Mittel der Wahl ist und bleibt die Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragtreibung. Denn die Lage auf den Intensivstationen, die Frau Kollegin Dittmar hat ja darauf hingewiesen, sie ist zu Recht dramatisch. Einzelne Bundesländer haben das Kleebladsystem aktiviert. Patienten werden bundesweit verlegt. Diese Lage hat natürlich massive Auswirkungen auf die Versorgungssituation, nicht nur der Covid-Patienten, sondern natürlich auch derjenigen, die sich aus anderen Gründen im Krankenhaus befinden, beispielsweise wegen einer Krebs-OP, wegen einer Herz-Kreislauf-Erkrankung oder eines Unfalls. Und natürlich, Sie müssen ja nicht auf uns hören. Aber wenn die Leopoldina einen klaren Ratschlag gibt und deutlich anmahnt, wir brauchen effektive Maßnahmen und deutlich macht, dass zwar die eingriffsintensiven Maßnahmen der epidemischen Lage da sind, aber schnell umsetzbar und effektiv sind zur Pandemiebekämpfung. Dann frage ich mich, warum Sie als Koalition diesem wissenschaftlichen Rat nicht folgen. Das ist jedenfalls mehr etwas, was mit Ideologie zu tun hat, als mit einer stringenten und klaren Pandemiebekämpfung in diesem Bereich. Und jetzt hat die Ministerpräsidentenkonferenz versucht, Ordnung zu schaffen. Bei all dieser Unübersichtlichkeit, die Sie selber geschaffen haben, mit drei rechtlichen Infektionslagen, die alte, die befristet weiter gilt, bislang bis zum 15. Dezember, dann eine neue, die Sie geschaffen haben mit weit abgespeckten Maßnahmen und dann eine landesspezifische, die per Öffnungsklausel irgendwo so dazwischen liegt zwischen diesen Bereichen. Und jetzt haben die Ministerpräsidenten klargemacht, was Ihnen fehlt, was den Instrumentenkasten betrifft. Ja, und es ist richtig und gut, dass das hier jetzt in die richtige Richtung geht, was beispielsweise die Schließung von gastronomischen Einrichtungen betrifft, was die Beschränkung von Übernachtungsangeboten und Reisen betrifft. Sie gehen eineinhalb Schritte nach vorne, aber gleich wieder einen Schritt zurück, weil Sie Sporteinrichtungen beispielsweise nicht schließen wollen. Das zeigt, auch da der Instrumentenkasten bleibt wieder zu wenig. Was die neue Übergangsregelung betrifft, statt dem 15. Dezember machen Sie jetzt den 15. Februar. Ich sage Ihnen ganz klar, das wird auch wieder zu kurz sein, dieser 15. Februar. Und es ist ein vollkommener Wirrwarr, den Sie an Fristen hier setzen. Ihr Gesetz läuft im Grundsatz bis zum 19. März. Dann vieles weitere, was Sie an Sonderregelungen schaffen, zu Betriebsversammlungen, zu Wahlen und Beschlüssen von Kammern, auch hier 19. März. Ausgleichszahlungen für Krankenhäuser bis Ende Dezember. Und diese wichtige Regelung, diese begrenzen Sie bis zum 15. Februar. Das ist nach Lage der Dinge zu kurz, weil wir den Höhepunkt nach dem, was wir in Infektionsentwicklungen haben, doch erst zu Weihnachten und darüber hinaus erfahren werden auf den Krankenhäusern. Und dann der Schutz der Krankenhäuser. Auch das war bislang nicht ausreichend. Sie haben mit einem Versorgungszuschlag gestartet und mussten jetzt erkennen, dass Sie auch Freihaltepauschalen bedürfen. Das, was wir darauf hingewiesen haben. Aber auch da das gleiche Muster. Zu spät setzen Sie ein, erst am 15. November. Keine Reaktion auf die Hotspotregionen, auf die Krankenhäuser dort, die besonders belastet sind. Und Sie enden schon wieder am 31. März. Das ist das Muster. Zu spät, zu wenig. Das ist keine effektive Pandemiebekämpfung, die Sie da tun. Und das gesamte Thema der Pflege wird ausgeblendet. Wir brauchen gerade eine Unterstützung der Pflegekräfte. Frau Dietmar, ja, richtig. Sie verdienen Dank und Anerkennung. Darauf haben die Ministerpräsidenten auch im 18. November darauf hingewiesen und beschlossen. Aber wo bleiben die Leistungen, den Pflegebonus, den die Ministerpräsidenten angemahnt haben? Auch da kommt nichts in diesem Bereich. Das ist eine Enttäuschung, dass es in diesem Gesetzesentwurf nicht enthalten ist. Das zeigt, dieser Gesetzesentwurf geht in die richtige Richtung, ergreift aber wieder zu kurz und ist zu wenig. Und das ist das gleiche Muster. Sie versuchen, Lücken zu schließen, die Sie selber aufreißen. Das ist Ihre Ampelpolitik. Und das ist etwas, was wir jedenfalls als sehr kritisch empfinden. Herzlichen Dankeschön. So formuliert Stefan Stracke hier die Kritik der CDU-CSU-Fraktion in dieser Aussprache. Erste Beratung des Artikelgesetzes, das nicht nur übrigens das Infektionsschutzgesetz ändert, sondern noch andere Gesetze, beispielsweise auch das Krankenhausfinanzierungsgesetz. Nächste Rednerin jetzt Maria Kleinschmank für die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen hier im Hause, sehr geehrter Herr Stracke, ich muss sagen, ich bin etwas verwundert und auch enttäuscht, weil ich hatte gedacht, dass Sie mit der Zustimmung hier zum Fristverzicht auch ein gemeinsames Zeichen hier aus dem Hause aussenden, dass wir uns gemeinsam der Verantwortung stellen in der schwierigen Situation, in der wir jetzt stehen. Und da hatte ich gedacht, dass die Zeiten vorbei sind, wo wir gegeneinander aufeinander zeigen und sagen, du bist schuld, du hast dieses und jenes nicht getan. Ich kann nur sagen, wir haben versucht, in dieser schwierigen Situation, wo wir noch nicht die Regierung stellen, die passenden Antworten zu finden auf die Herausforderungen, die sich jetzt stellen. Und da ist es enttäuschend, dass Sie Dinge anmahnen, von Versäumnissen reden, aber nicht darüber reden, was können wir jetzt tun, um die Situation zu verbessern. Ganz konkret, wie kommen wir beim Impfen voran? Wie schaffen wir es, eine gute Logistik hinzukriegen? Es ist doch ein Jammer, was wir jetzt zu verzeichnen haben, dass wir lange Schlangen vor den Impfzentren haben, dass wir lange, lange Wartezeiten haben, bis in den Praxen ein Termin frei ist, um eine Booster-Impfung für über 70-Jährige abzuholen. Das ist doch die Situation, mit der wir uns jetzt und sehr konkret auseinandersetzen müssen. Und genau das tun wir. Und ich finde es sehr, sehr bedauerlich, dass Sie da nicht mit uns darum streiten, wie ist denn jetzt der beste Weg? Es geht nicht nur um Instrumentenkisten im 28a von Instrumenten, die überhaupt nicht wahrgenommen worden sind in den letzten beiden Monaten, sondern es geht darum, jetzt die richtigen Antworten zu finden. Und das mit Verlaub können wir nur gemeinsam. Denn nur diese Gesellschaft gemeinsam kann mit dieser schwierigen Situation umgehen. Und wir wissen alle, mit der neuen Virusvariante kommen Dinge auf uns zu, die wir derzeit sehr, sehr schlecht einordnen können. Wir sehen aus den Nachbarländern einen enormen Anstieg der Infektionen. Wir wissen aber noch nicht, ob es auch einhergeht damit, dass die Schwere der Erkrankungen zunimmt, dass wir unter Umständen erleben müssen, dass unsere Impfstoffe nicht mehr wirken. Das ist die Realität, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Dafür brauchen wir Antworten. Und da brauchen wir Gemeinsamkeit. Hier aus diesem Hause von links bis zu Ihnen bei den Rechten. Da brauchen wir gar nicht nachfragen. Die sind ja sowieso für solche Problemlösungen nicht zu haben. Aber wenn wir das nicht jetzt gemeinsam angehen, dann werden wir überrollt werden von der nächsten Diskussion, von der nächsten Welle, die uns erneut wieder einschränken wird. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir mit diesem Gesetz viele ganz konkrete Vorschläge machen, wie wir mit dem Impfen vorankommen können, indem wir mehr und andere Berufsgruppen einbeziehen, wie wir es schaffen können, die Logistik besser aufzustellen, wie wir es schaffen, dass wir tatsächlich die, die am meisten gefährdet sind, die älteren Menschen in den Einrichtungen, die Menschen mit Behinderung in den Einrichtungen, in der Eingliederungshilfe, alle die, die Behandlungen und Eingriffe im Krankenhaus und im Gesundheitswesen brauchen, wie wir die so schützen können, dass sie nicht im Februar, März erneut die Gruppen sind, die die meisten Todesfälle zu verzeichnen haben. Und deshalb brauchen wir die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Deshalb gehen wir an dieser Stelle voran. Und wir machen ganz konkrete Vorschläge, die wir jetzt dann in einem zügigen Verfahren miteinander erarbeitet haben. Von meiner Seite einen herzlichen Dank auch an alle, die sowohl bei der FDP als auch bei der SPD in meiner Fraktion daran mitgewirkt haben. Es ist ein schwieriges Verfahren gewesen. Wir werden auch Fehler gemacht haben. Aber wir sind willens, da zu korrigieren, wo wir korrigieren müssen. Und genau das kündigen wir auch schon dann an, wenn wir sehen, wenn nachgesteuert werden muss, dann steuern wir auch nach. In diesem Sinne wünsche ich mir gemeinsame Verantwortung hier aus diesem Haus. Das sagt Maria Kleinschmeink für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und in der Tat die Frequenz der Änderungen am Infektionsschutzgesetz. Da kann man mal gespannt sein, was da in den nächsten Monaten noch zu erwarten ist. Ich möchte noch einmal kurz darauf hinweisen, es hilft uns allen, vor allen Dingen vor Ansteckung, wenn dieser Mund-Nasen-Schutz, die Maske auch über der Nase getragen wird. Und ich würde alle bitten, auch wenn es schwerfällt, das zu beherzigen. Und als nächste Rednerin rufe ich jetzt für die FDP-Fraktion die Kollegin Aschenberg-Dugnus auf. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, die aktuelle Corona-Situation ist sehr ernst. Stand heute über 4.900 Patientinnen und Patienten, die intensivmedizinisch behandelt werden müssen. Und das zwingt uns alle zum Handeln. Wir haben bereits in den letzten Beratungen zum Infektionsschutzgesetz angekündigt, dass, wenn erforderlich ist, selbstverständlich Nachschärfungen geben wird. Aber, meine Damen und Herren, vieles von dem, was die MPK beschlossen hat, war schon durch das bestehende Infektionsschutzgesetz möglich. Und deswegen war, Herr Stracke, Ihre Rede mehr als peinlich. Sie zünden mal wieder Nebelkerzen hier und gehen am Töten. Das ist das Thema vorbei. Schon jetzt können zum Beispiel, und das behaupten Sie immer wahrheitswidrig, Clubs und Bars geschlossen werden. Und ich sage hier ganz deutlich, insgesamt hätte ich mir von einigen Bundesländern schon eine konsequentere Anwendung der bestehenden Maßnahmen gewünscht, meine Damen und Herren. Die Länder haben sich trotz unterschiedlicher Corona-Lagen jetzt auf einen gemeinsamen Weg geeinigt. Und wenn die Länder ausdrücklichere Regelungen haben wollen, dann unterstützen wir das natürlich und setzen das um. Und zwar in einem, und das ist uns besonders wichtig, in einem geordneten parlamentarischen Verfahren, meine Damen und Herren. Denn dieses Parlament kann entgegen vieler Behauptungen sehr schnell und zügig reagieren. Meine Damen und Herren, wir sind davon überzeugt, dass Beratungen über erhebliche Einschnitte in das Leben der Bürgerinnen und Bürger in dieses Parlament gehören. Und nur so schafft man die notwendige Akzeptanz bei unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Und zu dieser notwendigen Akzeptanz gehört auch, dass wir Schul- und Kitaschließungen ausschließen müssen, meine Damen und Herren. Denn sonst ist die Bildung unserer Kinder gefährdet. Sagen Sie mal, haben wir denn alle vergessen, was die Schul- und Kitaschließungen mit unseren Kindern gemacht hat? Keine Bildungschancen, volle Kinderpsychiatrien, bis heute soziale Probleme, meine Damen und Herren, wer einmal beim Kinderschutzbund war, und das kann ich Ihnen nur anraten, der nimmt das Wort Schul- und Kitaschließungen nie wieder in den Mund. Meine Damen und Herren, wir sind uns auch alle einig, oder fast alle, Impfen ist der einzige Weg aus dieser Pandemie heraus. Und wir alle beobachten sehr genau die Entwicklungen der Omikron-Variante. Erste Studien zeigen, dass Boostern der vielversprechendste Schutz auch gegen Omikron ist. Und deswegen ist es unsere Pflicht, allen Bürgerinnen und Bürgern ein Booster-Angebot zu machen, um sie vor dieser Variante zu schützen. Wir als Ampelkoalitionäre gehen dabei die Wurzel des Problems an. Denn uns allen hat doch die Impfstoffverteilung und die Logistik dabei seit geraumer Zeit Kopfschmerzen bereitet. Deswegen richten wir einen Krisenstab ein, um dieses Problem endlich zu lösen. Und ich danke auch den Soldatinnen und Soldaten ganz herzlich für ihren Einsatz in dieser Notlage. In einem weiteren Schritt sorgen wir dafür, dass jeder, der verantwortlich impfen kann, das auch darf. Auch hierfür wird durch dieses Gesetz eine Grundlage geschaffen für einen festgelegten Zeitraum. Wir brauchen alle Kräfte, die nötig sind zum Impfen und zum Boostern, meine Damen und Herren. Abschließend noch zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Seit jeher war für uns der Schutz vulnerabler Gruppen besonders wichtig. Deswegen aus dieser Verantwortung heraus fordern wir, dass alle Menschen, die in den entsprechenden Einrichtungen arbeiten, geimpft sein müssen. Denn Ausbrüche in diesen Bereiten haben immer noch und hatten katastrophale Folgen. Deswegen müssen sie verhindert werden. Und das tun wir mit diesem Gesetz. Ich freue mich auf die Anhörung und die weitere Beratung. Herzlichen Dank. Sack-Christine Aschenberg-Dugnus für die FDP-Fraktion. Ja, die Ampel hat diesen Gesetzentwurf vorgelegt. Heute Morgen ist ja der Koalitionsvertrag unterzeichnet worden. Morgen soll dann Olaf Scholz zum Bundeskanzler gewählt werden. Und dieser Herr hier noch in den Reihen der SPD-Fraktion, Karl Lauterbach, der wird dann auch morgen als neuer Gesundheitsminister ernannt und vereidigt. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Dieses Gesetz ist eine unerhörte Grenzüberschreitung. Hastig hingepfuscht wollen Sie erhebliche Grundrechtseinschränkungen durchdrücken. Und das ist eine grobe Missachtung dieses Parlaments und der Bürger, die es repräsentiert. Sie stellen sich damit in die ungute Tradition der Vorgängerregierung. Ihre Wortwahl, Herr Scholz, ist verräterisch. Für meine Regierung gibt es keine roten Linien mehr, haben Sie gesagt. Das ist die selbstherrliche Sprache von Verfassungsverächtern. Das muss ich Ihnen ganz deutlich sagen. Die roten Linien zieht das Grundgesetz, auf das Sie sich morgen vereidigen lassen wollen. Es sind die Grundrechte der Bürger, die Sie wie einen lästigen Klotz am Bein abschütteln wollen, weil es im Kern Abwehrrechte der Bürger gegen übergriffige Staatshandeln sind. Diese abermalige Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes ist vor allem eins ein epochaler Wortbruch und Wahlbetrug. Sie haben den Bürgern vor der Wahl etwas ganz anderes versprochen. Sie, Herr Scholz, und vor allem Sie, die Damen und Herren von der FDP, noch Anfang September haben Sie, Herr Lindner, gesagt, eine Impfpflicht ist nicht verhältnismäßig. Jetzt stellen Sie sich hin und behaupten das glatte Gegenteil. Sie machen der FDP als Umfallerpartei eine ganz große Ehre. Für den Griff nach der Macht haben Sie Ihre Wähler verraten. Um mitregieren zu dürfen, sind Sie bereit, das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit, Artikel 2 Grundgesetz, mit den Füßen zu treten. Und nehmen Sie bitte nie wieder das Wort Freiheit in den Mund. Sie wissen offenkundig nicht, was das bedeutet. Die Impfpflicht für Pflegekräfte, die Sie hier durchpeitschen wollen, ist ein Schlag ins Gesicht dieser Menschen, die aufopferungsvoll ihre Arbeit getan haben, denen sie dafür heuchlerisch Beifall geklatscht haben und die sie jetzt kalt schnäuzig aus ihren Berufen drängen wollen, wenn sie sich diesen Zwangsmaßnahmen nicht unterwerfen. Ein Skandal. Der Pflegenotstand wird dadurch weiter verschärft. Dieser Notstand ist politisch verschuldet, und es gibt ihn schon viel länger, als wir von Corona sprechen. Die Ursachen sind ein vermurkstes Krankenhausfinanzierungssystem, eine notorisch schlechte Bezahlung und Arbeitsbedingung. Das wissen Sie seit Jahren. Und die Krankenhäuser sind nicht wegen der Ungeimpften voll, sondern wegen ihrer falschen Politik, durch die mitten in der Krise Tausende Intensivbetten einfach abgebaut und an die 10.000 Pflegekräfte bereits vergrault wurden. Und die Gesellschaft ist nicht wegen der Ungeimpften tiefgespalten, sondern wegen ihrer unanständigen Stimmungsmache, ihrer bürokratischen Schikanen, unsinnigen 2G, 3G, Plus-Minus-Regeln, mit denen sie ein Drittel der Bevölkerung diskriminieren und ausgrenzen und die Bürger gegeneinander ausspielen. Das ist doch die Wahrheit hier. Und das auf der Grundlage von manipulierten Zahlen, bei denen Patienten mit unbekannten Impfstatus einfach den Ungeimpften hinzugerechnet werden, damit es dramatischer aussieht. Die Bürger haben allen Grund, ihre chaotische Politik und ihre widersprüchlichen Maßnahmen zu hinterfragen. Die Impfung, die sie hier dogmatisch als einzigen Weg aus der Krise anpreisen, hält nicht, was Sie und was die Hersteller versprochen haben. Um davon abzulenken, wollen Sie Bürger wie mich, die sich gegen diesen medizinischen Eingriff an ihrem Körper entscheiden, stigmatisieren und Kriminalisierung. Und dagegen setzen wir uns zu Wehr. In einer freiheitlichen Demokratie zählt nicht blinder Gehorsam, sondern bürgerliche Eigenverantwortung. Kümmern Sie sich um Ihre Kernaufgabe, die Aufrechterhaltung einer leistungsfähigen und krisenfesten Gesundheitsversorgung und überlassen Sie es dem mündigen Bürger, wie er sich selbst und andere schützt. Ich bedanke mich. Die Fraktionsvorsitzende der AfD-Fraktion, Alice Weidel, war das. Nächste Rednerin für die Fraktion Die Linke, Frau Susanne Fersche. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen! Nicht nur die Pandemie hat einen neuen Höhepunkt, nein, auch die Planlosigkeit der Verantwortlichen im Umgang mit dieser Pandemie. Die alte Bundesregierung hat bezüglich vorausschauenden Handelns komplett versagt. Sie hat rein gar nichts aus den vergangenen Wellen gelernt. Und die Ampel? Die Hütte brannte bereits lichterloh. Da haben SPD, Grüne und FDP in Honeymoon-Stimmung noch in aller Ruhe an ihrem Koalitionsvertrag gestrickt und ihre Pöstchen verteilt. Freedom Day-Euphorie, besonders stark ausgeprägt bei der FDP, traf auf Corona-Realität. Erst in der letzten Sitzungswoche wurden Änderungen am Infektionsschutzgesetz mit reduzierten Länderkompetenzen beschlossen. Jetzt, nur zwei Wochen später, werden die Kompetenzen der Länder wieder erweitert. Sorry, liebe Kolleginnen und Kollegen, aber Strategie schaut wirklich anders aus. Heute dann jetzt hier die Sondersitzung im Parlament. Gestern wurde kurz vor knapp der Gesetzentwurf verschickt. Ja, wir haben immer gesagt, in Notsituationen muss und kann dieses Parlament schnell handeln und schnell entscheiden. Aber es ist doch keine Notsituation, wenn Sie die Situation verpennen und die Aspekte nicht ausreichend berücksichtigen. Bei der Frage der einrichtungsbezogenen Impfpflicht ist dieses Vorgehen wirklich inakzeptabel. Es geht hier um eine Debatte über Grundwerte und Grundrechte. Und, Kollegin Aschenberg-Dugnus, hier hat insbesondere die FDP zwei Prinzipien einfach mal so über Bord geworfen. Nämlich zum einen die Stärkung der parlamentarischen Debatte und zum anderen die Absage an die Impfpflicht. Ich finde, ja, das ist ja jetzt hier kein geordnetes Verfahren. Es ist ein Schnellverfahren. Sie machen einen Grundrechtseingriff innerhalb von vier Tagen. Zum einen, und alle sollten sich bewusst sein, dass Versprechungen, die man nicht hält, extrem unglaubwürdig machen. Eine einrichtungsbezogene Impfpflicht zum Schutz vor Risikogruppen, die muss man diskutieren, ja. Das stimmt. Aber man muss die konkrete Ausgestaltung sorgsam diskutieren. Hier geht es nämlich größtenteils um die Beschäftigten, die jetzt seit nunmehr vier Wellen in der Pandemie ihren Kopf hinhalten. Und die waren schon vor der Pandemie am Limit, und die sind jetzt bei Weitem drüber. Und neben weiteren Verpflichtungen brauchen diese Pflegekräfte, insbesondere die Pflegekräfte, endlich das Signal, das die Bundesregierung verstanden hat. Und deswegen gehen Sie endlich das Problem der Arbeitsbedingungen an, der Personalbemessung und einer guten tariflichen Bezahlung. Es geht nicht nur um Prämien, die Sie ja jetzt auch wieder aufgrund des chaotischen Vorgangs vorübergehend rausgenommen haben aus dem Gesetzesentwurf. Es geht um dauerhafte Lösungen. Zweitens muss klar sein, dass die Regelung das Problem der vierten Welle nicht löst. Und statt ausschließlich über Impfpflichten sollten Sie auch mal über Impfrechte diskutieren. Es kann doch nicht angehen, dass 70-, 80-Jährige in der Kälte stundenlang in der Schlange stehen müssen, um sich boostern zu lassen. Und es kann doch nicht sein, dass Hausärzte Termine zur Impfung erst im Februar vergeben können. Ordnen Sie doch endlich dieses Chaos. Und so ein Impfrecht, das muss auch weltweit gelten. Und deswegen fordern wir Sie erneut auf, geben Sie endlich die Patente frei. Es ist irrwitzig, von Impfzwang zu reden und bei der Freigabe der Patente zu schweigen. Die Pandemie kann nur solidarisch, mit entsprechenden Weitblick und weltweit besiegt werden. Vielen Dank. Susanne Ferschel war das für die Linksfraktion. Ja, die einrichtungsbezogene Impfpflicht oder die Teilimpfpflicht, die hier in diesem Gesetzentwurf vorgesehen ist, gilt ja für Krankenhäuser, Rehaeinrichtungen, Tageskliniken, Arzt- und Zahnarztpraxen, Praxen mit sonstigen medizinischen Heilberufen, Pflege- und Behinderteneinrichtungen. Und betrifft somit eine ganz große Gruppe. Bis zum 15. März muss nachgewiesen werden, dass man geimpft oder genesen ist, sofern man dort arbeitet. Liebe Kolleginnen und Kollegen, raus aus der Pandemie, das wollen wir alle. Raus aus der Pandemie, das geht nur mit Impfen. Davon sind schon zwei Drittel der Bürgerinnen und Bürger überzeugt. Das letzte Drittel zu überzeugen, bleibt wichtig und muss jetzt mit einer noch gezielteren Aufklärungskampagne forciert werden. Denn die Zeit drängt und die Impf-Zurückhaltung kostet immer mehr Menschenleben. Vor einem Jahr schien es unvorstellbar, dass sich so viele Menschen dem Schutz durch Impfung verweigern. Da diskutierten wir darüber, wie wir das Recht aller auf Impfschutz gewährleisten können. Und darum haben wir damals dafür gesorgt, dass Menschen, die in sensiblen Bereichen wie Pflegeheimen, ambulanten Pflegediensten, Krankenhäusern arbeiten und sich dabei auch selbst gefährden, zuallererst den Zugang zu den heiß ersehnten Impfstoffen bekamen. Umso enttäuschender, dass noch viel zu viele von Ihnen diese Chance nicht ergriffen haben. Weil wir mit einer Impfung nicht nur uns, sondern andere schützen. Weil wirksame und sichere Impfstoffe kostenlos für alle zur Verfügung stehen. Auch deshalb war ich, wie wohl die meisten hier im Haus, davon überzeugt, dass eine Impfpflicht nicht nötig sein würde. Ja, wir haben es als Gesellschaft eigentlich in der Hand gehabt, uns besser vor all dem zu schützen. Heute, wo die Intensivstationen voll sind und das Personal am Anschlag, müssen wir uns aber eingestehen, es ist nicht gelungen. Zu viele sind weiter ungeimpft, zu viele, um die Verbreitung des Virus aufzuhalten, zu viele, um besonders verletzliche Menschen vor Ansteckungen schützen zu können. Und darum sorgen wir heute mit der Impfpflicht für besonders sensible Einrichtungen dafür, dass Gesundheitsfachkräfte, Ärzte, Rettungssanitäter, Physiotherapeuten und, und, und dieses Schutzangebot endlich vollumfänglich annehmen. Zu Ihrem eigenen Schutz und aus Fürsorge für diejenigen, mit denen Sie eng zusammenarbeiten. Die kollabierende intensivmedizinische Versorgung führt zur extremen, manchmal sogar tödlichen Unterversorgung anderer schwerer Erkrankungen. Wenn Schlaganfallpatienten auf andere Kliniken verwiesen werden, wenn schwer erkrankte Krebspatientinnen und Patienten auf ihre lebensrettende Operation werden warten müssen, weil dafür die nötigen Intensivplätze belegt sind von überwiegend ungeimpften Corona-Patienten. Von Patienten also, in deren Hand es gelegen hätte, gesund zu bleiben oder wenigstens nicht schwer zu erkranken, Krebspatienten haben diese Wahl nicht. Wir dürfen das Sterben und Leiden nicht länger hinnehmen, denn wir haben mit den Impfstoffen ein wirksames Mittel gegen schwere Krankheitsverläufe ein wirksames Mittel gegen schwere Krankheitsverläufe. Und wir müssen dieses Mittel zum Einsatz bringen. Sagt niemals nie, diese Weisheit haben schon meine Eltern gekannt. Und das trifft auch auf die Pandemie voll zu. Denn wir haben die unabsehbare Dynamik dieser Pandemie bis heute nicht richtig eingeschätzt. Wir haben nicht mit der Delta-Variante gerechnet und können noch nicht ahnen, was uns Omikron beschert. Und darum sorgen wir heute dafür, dass die besonders Verletzlichen so gut wie möglich geschützt werden. Ja, Infektionen können nie ganz ausgeschlossen werden. Und wenn es in einer Pflegeeinrichtung einen Infektionsausbruch gibt, dann heißt das nicht unbedingt, dass dort schlechter Schutz geleistet wurde. Denn seit der Pandemie gibt es enorme Anstrengungen, ganz besonders in Pflegeeinrichtungen, Pflegediensten und Krankenhäusern, durch Testen und Hygienemaßnahmen Gefahr von Infektionen zu verringern. Aber hundertprozentigen Schutz gibt es nicht. Aber wir wissen, eine hohe Impfquote ist essentiell, um die Gefahr der Viruseintragung in besonders sensiblen Einrichtungen zu verringern. Denn akutkranke, vorerkrankte und hochaltrige Menschen haben weniger Möglichkeiten, sich selbst zu schützen. Ja, die Impfungen sind manchmal bei Ihnen auch weniger wirksam oder nicht ganz so lang wirksam. Und gleichzeitig sind dort enge Kontakte nicht vermeidbar. Denn in Gemeinschaftseinrichtungen kommt es ja gerade auf die Nähe der Menschen an. Ihre Gesundheit darf nicht davon abhängen, wie hoch die Impfquote in der jeweiligen Einrichtung ist, in der sie versorgt werden. Und deshalb braucht es diesen Schritt heute. Die Nationale Akademie der Wissenschaften, die Leopoldina, hat eine einrichtungsbezogene Impfpflicht empfohlen, nachdrücklich empfohlen. Und dabei die professionelle Verantwortung, aber auch die Vorbildfunktion der betroffenen Berufsgruppen für die Erreichung einer hohen Durchimpfungsrate betont. Es sind Berufsgruppen, die sich um besonders verletzliche Personen kümmern. Und sie haben immer in besonderem Maße auch Verantwortung übernommen, seien es Unfallsanitäter, Medizinerinnen und Mediziner, Pflegekräfte oder Beschäftigte in Einrichtungen für Menschen mit Behinderung. Sie werden diese Verantwortung zu tragen wissen. Aber diese Berufsgruppen, die so viel geleistet haben und leisten in dieser Pandemie, sie alleine werden es nicht schaffen. Raus aus der Pandemie. Das wollen wir alle. Und deshalb rufe ich alle, die zögern und hadern, jetzt auf. Lassen Sie sich impfen. Damit schützen Sie nicht nur sich selbst. Damit retten Sie Leben. Vielen Dank. Heike Behrens von der SPD-Fraktion. Und dieser Aufruf, den kann man hier nicht häufig genug hören. Und sie hat es auch getan zum Impfen, wenn man denn einen Termin bekommt. Aber daran soll ja auch gearbeitet werden mit diesem Gesetzentwurf. Nämlich zeitweise dürfen auch Apotheker beispielsweise oder Zahnärzte impfen. Und das soll noch etwas Schwung in diese Impfkampagne bringen. Thorsten Frey jetzt für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben am 25. März des letzten Jahres die epidemische Lage nationaler Tragweite hier im Bundestag beschlossen. Und wir haben sie bestätigt am 18. November letzten Jahres und wir haben sie wieder bestätigt im März, im Juni, im August. Und das Ganze bei Inzidenzen von 61, von 69, von 139 und im letzten Sommer im August von 19. Und jedes Mal hat die SPD-Fraktion, Frau Schnieder, mitgestimmt und hat das unterstützt. Und deswegen stelle ich mir schon die Frage, warum Sie in einer Situation, wo wir heute eine Inzidenz von 432,2 und insgesamt 103.000 Tote zu beklagen haben, auf die Idee kommen, dass eine epidemische Lage nationaler Tragweite nicht mehr vorliegen soll. Und liebe Frau Dittmar, Sie haben vorhin eine gemeinsame Kraftanstrengung zur Bekämpfung der Epidemie angesprochen. Wir sind ja dazu bereit, wir könnten jetzt die epidemische Lage beschließen. Die würde dann nicht am Freitag in Kraft treten, sondern die würde heute in Kraft treten. Und damit würden wir den Ländern die Instrumente geben, die sie sich wünschen und die sie Ihnen ja auch jeden Tag, zuletzt am Nikolaustag, auch geschrieben haben. Also ganz offensichtlich sind die Landesregierungen und Ministerpräsidenten mit dem, was sie haben, nicht so zufrieden, wie die Ampelfraktionen das gerne glauben machen möchten. Und deswegen... Entschuldigung, Entschuldigung, ich gehe gern auf Ihre Zwischenrufe ein und will Ihnen Folgendes sagen. Natürlich anerkennen wir, dass Sie, noch bevor Sie einen Bundeskanzler gewählt haben, Gesetze korrigieren, die Sie in den letzten Wochen gemacht haben. Und ganz im Ernst, wir sind auch dankbar dafür, und zwar im Sinne der Menschen in diesem Land, dass Sie auf Ihrem Weg Stück für Stück umkehren. Wir waren auch dankbar dafür, dass Sie in der letzten Sitzungswoche auf 65 Seiten Änderungsanträge eingebracht haben, wo wir das Gesetz, das Sie gemacht haben, etwas besser gemacht haben. Und liebe Frau Dittmar, wir reichen Ihnen auch gerne die Hand. Wissen Sie, unsere Aufgabe ist nicht, Ihnen als Klakör hinterherzulaufen. Unsere Aufgabe ist, auf die Schwächen hinzuweisen, die das Gesetz aufweist, das Sie uns vorlegen. Aber das bedeutet doch nicht, dass wir konstruktiv damit umgehen. Und ich will Ihnen gerne auch sagen, wo Sie die Probleme haben. Sie haben beispielsweise in Ihrem Gesetzentwurf gesagt, wir machen die Regelungen, die die Länder vor dem 25. November gemacht haben, die lassen wir nicht bis zum 15. Dezember, sondern bis zum 15. Februar laufen. Das ist ja der richtige Ansatz. Das geht in die richtige Richtung. Aber es ist das Gleiche wie bei den anderen Punkten. Too little, too late. Es ist dann mitten im Winter. Und wenn Sie an den letzten Winter denken, da haben wir die schweren Maßnahmen bis in den Juni hineingehabt. Das heißt, 15. Februar reicht nicht aus. Sie brauchen den 31. Mai oder dergleichen. Das würde letztlich die Sache rund machen. Herr Frey, Entschuldigung, Frau Präsidentin. Erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung aus der AfD-Fraktion vom Kollegen Hilse? Bitte schön. Arsten Hilse fragt für die AfD-Fraktion. Vielen Dank, Herr Frey, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie haben gerade ausgeführt, dass die epidemische Lage bei einer Inzidenz, unabhängig davon, wie man die bewertet, von 19 und einmal auch bei 10 verlängert wurde. Ich habe an dem Tag, das war, glaube ich, im Juni, eine SPD-Rednerin gefragt. Ich kann mich nicht mehr an den Namen erinnern. Das ist auch nicht so wichtig. Wann denn Sie gedenken, und die Frage würde ich Ihnen jetzt auch stellen, bei welchen Voraussetzungen würden Sie, Herr Frey, oder die CDU-Fraktion in dem Moment, die epidemische Lage von nationaler Tragweite nicht mehr verlängern? Und das gilt natürlich für die Maßnahmen jetzt hier auch, die jetzt in diesem Gesetz beschlossen werden. Bei welchen Daten, Inzidenz, Krankenhausbelegung und so weiter und so fort, würden Sie sagen, okay, jetzt sind wir in einer Situation, wo die Grundrechte nicht mehr eingeschränkt werden müssen? Herr Kollege Hilse, ich würde immer dazu raten, sich an das geltende Gesetz zu halten. Und in § 5 des Infektionsschutzgesetzes gibt es eine sogenannte Legaldefinition, unter welchen Voraussetzungen eine epidemische Lage nationaler Tragweite vorliegt. Und da steht drin, dass eine epidemische Lage dann vorliegt, wenn eine ernsthafte Gefahr für das gesamte Gesundheitswesen, öffentliche Gesundheitswesen in Deutschland in Rede steht, weil erstens die Weltgesundheitsorganisation eine gesundheitliche Notlage internationaler Tragweite festgestellt hat, oder es jedenfalls eine ernsthafte Gefahr dafür gibt, dass eine ansteckende, eine übertragbare, schwere Krankheit in mehreren Ländern in Deutschland in Rede steht. Und diese Voraussetzungen liegen heute vor. Das habe ich anhand der Inzidenz gesagt, anhand der Todesfälle gesagt, anhand der Hospitalisierungsrate. Diese Situation ist gegeben. Wir sind derzeit in einer Situation, dass das Gesundheitswesen an der Belastungsgrenze angekommen ist. Es geht darum, die Steuerungsfähigkeit in dieser Krise nicht zu verlieren. Und deswegen sind wir der Auffassung, dass die epidemische Lage vorliegt und dass auf dieser Grundlage Bundes- und Landesregierungen in der Lage sein müssen, die notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie zu ergreifen. In den Reden der Koalitionsfraktionen höre ich das ja auch. Sie kommen nur zu den falschen Schlussfolgerungen. Sie reparieren und reparieren und reparieren und werden damit letztlich den Notwendigkeiten in unserem Land nicht gerecht. Das hat nichts mit Regierungsverantwortung zu tun, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und jetzt will ich gerne noch sagen, was aus unserer Sicht in jedem Fall besser werden muss. Ich habe von der Übergangsfrist gesprochen. Ich möchte zum Zweiten die Länderöffnungsklausel ansprechen, im Absatz 8 des 28a. Sie trauen den Ländern nicht zu, dass sie ähnlich gute Entscheidungen treffen wie wir. Die Landtage, die diese Entscheidungen zu treffen haben, die sind nicht schlechter und weniger geeignet als der Deutsche Bundestag. Trauen Sie den Ländern im Föderalismus etwas zu. Sie können es. Sie haben es in der Vergangenheit bewiesen. Und deswegen ist es unanständig, diese Länderöffnungsklausel mit Einschränkungen zu versehen, mit Hemmnissen zu versehen. Es sind im Übrigen auch Ihre Ministerpräsidenten, die das kritisieren. Hören Sie doch am besten einmal zu. Und dann möchte ich auf einen Punkt noch eingehen, den die Kollegin Behrens angesprochen hat. Sie hat auf die sektorale Impfpflicht für Menschen, die mit besonders gefährdeten Menschen zusammenarbeiten, hingewiesen. Sie haben recht. Das gilt aber nicht nur für Kranken- und Pflegeheime. Das gilt nicht nur im Alter. Schauen Sie sich mal die Inzidenz bei den Kindern an, bei den 5- bis 9-Jährigen, 552. Die Inzidenz bei den 10- bis 14-Jährigen, 1066. Das sind die höchsten Inzidenzen. Warum gibt es nicht auch eine bereichsspezifische Impfnachweispflicht für diejenigen, die in Kindergärten und in Schulen arbeiten? Das wäre eine schlüssige Politik. Sie sind nicht bereit dazu. Herzlichen Dank. Kostenfrei war das für die CDU-CSU-Fraktion. Und die Zwischenfrage von Carsten Hilse von der AfD-Fraktion, um das noch mal aufzugreifen, die kam oben von den Tribünen. Dort nehmen die Abgeordneten Platz, die nicht Auskunft geben möchten, darüber, ob sie geimpft, genesen oder getestet sind. Am Rednerpult jetzt Janosch Dahmen für die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Bevor ich mit meiner Rede beginne, möchte ich doch zunächst etwas zu den Kollegen der Unionsfraktion sagen. Herr Kollege Stracke, Herr Kollege Frey, ich bin doch verwundert über das Geschrei, mit dem Sie hier trotzig einen alten Hut durch die Manege tragen und immer nur sagen, dass Sie nicht verstehen, warum Gesetzgebungen angepasst und weiterentwickelt wurden und in 16 Jahren Regierungen, zwei davon in dieser Pandemie, es nicht geschafft haben, dieses Land zu schützen und darauf vorzubereiten, dass eine solche dramatische vierte Welle sich aussteigen konnte. Wo im Sommer sind die 2G-Regeln gewesen in diesem Land? Wo im Sommer wurde die Booster-Impfkampagne vorbereitet? Ich verstehe es nicht, wie Sie sich hier hinstellen können, geschäftsführend in der Bundesregierung, regierend in den Ländern, und sich hinstellen können und zu sagen, andere seien daran schuld, dass die Situation so gekommen ist. Das hilft niemandem weiter. Es schadet in allererster Linie der Glaubwürdigkeit von unserer Politik insgesamt, und zwar allesamt, alte und neue Regierungen, Bund und Länder. Insofern lassen Sie uns übergehen zur Frage, was sind denn Maßnahmen, die uns weiterbringen? Was ist Gesetzgebung, die sich anpasst, nicht einfach in Verlängerung irgendetwas Dagewesenen, sondern mit neuen Maßnahmen, 2G bundesweit eingeführt, 3G am Arbeitsplatz, 3G in Nah- und Fernverkehr, einrichtungsspezifische Umpflicht, alles zusätzliche Schutzinstrumente, die wir früher gebraucht hätten, die dieses Land nach vorne gebracht hätten, die nicht nach vorne gebracht wurden, weil sie gefehlt haben. Von too little und too late zu sprechen, angesichts einer solchen Bilanz, ist beschämend und irreführend und bringt im Ende des Tages nur Politik insgesamt in den Diskredit. Ich will nach vorne geschaut sagen, wir sollten aufpassen, dass wir insgesamt einen gefährlichen Trugschluss nicht erliegen. Oberflächlich betrachtet ist es tatsächlich so, dass die Inzidenzen in vielen Regionen und bundesweit ein Plateau erreicht haben, in manchen sogar leicht zurückgehen. Aber das ist tatsächlich, das haben verschiedene VorrednerInnen jetzt schon deutlich gemacht, noch kein Zeichen für Entwarnung. Es zeigt lediglich, dass die zuletzt beschlossenen Maßnahmen ihre Wirkung entfalten. Aber das Infektionsgeschehen insgesamt natürlich noch auf einem viel zu hohen Niveau ist. Wir müssen uns zwei Dinge bewusst machen. Erstens folgt auf eine derart hohe Infektionszahl auch eine Unsicherheit bei den Daten. Wir erleben diese Tage, das RKI hat es gerade in seinem Wochenbericht auch noch mal ausgewiesen, dass die Gesundheitsämter nicht nur bei der Kontaktnachverfolgung nicht hinterherkommen, sondern auch bei der Meldung von Neuinfektionen große Probleme haben, weil sie so belastet sind wie noch nie. Auch viele Labore haben Probleme, die Testkapazitäten so auszuweiten, dass noch alle Tests ausgewertet werden können. Und wir brauchen dringend ein realistisches Lagebild, um zurückzukehren und das Gesundheitssystem wieder resilienter aufzustellen. Der zweite Grund, und auch das ist schon angesprochen worden, ist die Omikron-Variante. Wir wissen noch nicht alles über diese neue Variante, aber es zeigt sich, dass der R-Wert vermutlich noch mal deutlich höher liegen könnte, als es bei der Delta-Variante der Fall ist, dass es so ansteckend wie Masern oder Windpocken sein könnte. Und wenn wir jetzt nach vorne schauen, dann müssen wir uns klar sein, dass wir diesen Omikron-Effekt nicht sofort heute Morgen in den Infektionszahlen mit einem Anstieg sehen werden. Er findet verdeckt statt, möglicherweise bei fallenden Neuinfektionszahlen und wird langsam ansteigen. Das heißt, konsequent umgesetzte Maßnahmen heute, Kontaktreduktion, Maske tragen, wie wir es endlich überall hier auch im Plenarsaal haben. Das Reduzieren von Kontakten im Alltag und insbesondere schnelleres Impfen ist die Vorsorge für morgen. Hier müssen wir mehr machen, alle in persönlicher Verantwortung und mit den heute auf den Weg gebrachten Regeln auch insgesamt im Land. Zu spät, zu wenig und zu langsam, das ist das Motto einer fehlgeleiteten Politik im Bundesgesundheitsministerium, was unionsgeführt uns in diese Situation der vierten Welle hineingebracht hat. Das darf so nicht weitergehen. Denn mit Blick auf die neuen Virusvarianten muss gelten, bevor Omikron auf den Intensivstationen ankommt, müssen wir die Neuinfektionen massiv gesenkt haben. Wir müssen die Impfrate deutlich gesteigert haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die einzige Steigerungsform von Überlastung ist der Kollaps. Und weil wir Überlastungen regional längst sehen, müssen wir jetzt alles tun, um einen Kollaps der Versorgung in diesem Land in den Krankenhäusern und Kliniken mit allen Mitteln zu vermeiden. Herr Dahmen, lassen Sie eine Zwischenfrage von der AfD-Fraktion von Herrn Sicher zu? Nein. Und ich möchte nach vorne geschaut sagen, wenn wir uns insgesamt die Situation anschauen, dann kommt es doch darauf an, dass wir mit dem Gesetz, was wir heute auf den Weg bringen, dafür sorgen, dass wir kurzfristiges Senken von Infektionszahlen durch flächendeckende 2G-Maßnahmen, Kontaktreduktion, Absage von Veranstaltungen, Veranstaltungen, Schließungen von Gastronomies, Gastronomie, Clubs und Bars auf den Weg bringen, mittelfristig durch das Boostern und Ausweiten Schutz bieten und langfristig durch so scharfe Instrumente wie einrichtungsspezifische Impfpflicht und eine Debatte, die wir auf den Weg gebracht haben, über eine allgemeine Impfpflicht auch einen besseren Schutz, einen Weg aus dieser Pandemie hieraus ebnen. Und ich möchte an die Länder gerichtet appellieren, wir brauchen jetzt die Durchsetzung, die Umsetzung der Maßnahmen, die wir in voller Fülle ermöglichen. Nur so wird Schutz auch möglich und auf den Weg gebracht. Nur so verhindern wir, dass Omikron, was längst im Land ist, nicht weiter die Hütte anzündet, sondern Schutz der Menschen wirklich wirkungsvoll auf den Weg gebracht ist. In diesem Sinne lassen Sie uns gemeinsam einen Kollaps verhindern. Vielen Dank. Ja, nochmal eindringlich hier der Appell von Janusz Dahmen von den Grünen. Schärfere regionale Maßnahmen sollen ermöglicht werden. Die Länder müssen sie umsetzen. Aber wenn man zum Beispiel heute eine neue Umfrage liest, an die Weihnachtsstudie der Universität der Bundeswehr München beispielsweise, dass besonders Ungeimpfte dieser Umfrage zufolge bereit sind, sich am bevorstehenden Weihnachtsfest über eventuelle Kontaktbeschränkungen hinwegzusetzen. Nämlich immerhin gaben zwei Drittel der nicht geimpften Befragten an, dass sie sich über Corona-bedingte Verbote hinwegsetzen wollen. Dann reichen natürlich auch die Maßnahmen nichts, sondern es ist auch Eigenverantwortung gefragt. Die schärfste Waffe gegen das Virus sind Impfungen. Deshalb boostern wir die Impfkampagne. Wer sich impfen lassen möchte, muss umgehend ein Angebot erhalten. Jeder, der verantwortlich eine Spritze setzen kann, soll auch impfen dürfen. Künftig auch Apotheker, Zahnärzte und Tierärzte. Besonders vulnerable Gruppen, ältere Vorerkrankte, brauchen unseren besonderen Schutz. Impfungen wirken bei ihnen schwächer. Sie können sich darum schlechter selbst schützen und haben ein höheres Risiko für einen schweren Verlauf. Auf der anderen Seite dürfen Pflegeheime nie wieder abgesperrt zu Orten der Einsamkeit werden. Wir haben uns deswegen entschieden, dass diejenigen, die in Krankenhäusern, Pflegeheime oder in Behinderteneinrichtungen, in Arztpraxen oder Geburtshäusern oder auch bei ambulanten Pflegediensten arbeiten, künftig geimpft oder genesen sein müssen. Natürlich ist das wie jede Entscheidung zu einer Pflicht keine einfache Entscheidung. Natürlich wäre es besser, wenn dort bereits jetzt alle geimpft wären. Natürlich wünsche ich mir, dass Menschen eigenverantwortlich sich und andere schützen. Deshalb haben wir uns auch für eine Befristung der Pflicht bis Ende 2022 stark gemacht. Auf der anderen Seite muss man aber auch sehen, dass unser Grundgesetz eben nicht nur Abwehrrechte der Bürger gegen den Staat formuliert, sondern auch eine Schutzpflicht des Staates für seine Bürger begründet. Wir alle, da bin ich mir sicher, hatten Mails in unseren Postfächern von Krankenschwestern und Altenpflegern, die ungeimpft sind. Viele von ihnen haben Angst vor einem angeblich unsicheren Impfstoff, vermeintlichen Veränderungen der DNA, behaupteter späterer Unfruchtbarkeit oder schlicht dem Auftreten von Nebenwirkungen. Ich kann das nachvollziehen. Jeder Mensch hat Ängste. Als vernunftbegabte Wesen müssen wir unsere Ängste aber hinterfragen, uns ihnen stellen, Fakten anerkennen. Wahr ist, dass die Impfstoffe im Rolling-Review-Verfahren besonders schnell und effizient geprüft wurden. Das macht sie nicht weniger sicher. mRNA-Impfstoffe können die menschliche DNA schon deshalb nicht verändern, weil sie eine völlig andere chemische Struktur als die menschliche DNA haben. Auch die Sorge für Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit ist vollkommen unbegründet. Jeden Tag gebären inzwischen geimpfte Frauen Kinder. Nebenwirkungen gibt es. Aber 99,98 Prozent der Geimpften haben keine schweren Nebenwirkungen. Auf der anderen Seite muss jeder Zehnte mit Covid-19 Infizierte mit einem schweren Verlauf rechnen. Und geschätzt, jeder Zehnte leidet später an Long-Covid. Mit wirksamen Impfschutz sinkt die Wahrscheinlichkeit, im Krankenhaus behandelt werden zu müssen. Um etwa 90 Prozent. Das Risiko, an Corona zu versterben, ist frisch geimpft und geboostert. Minimal. Es gibt außer für ganz wenige, die nicht geimpft werden können, keinen rationalen Grund, sich nicht impfen zu lassen. Deshalb muss man immer wieder sagen, lasst sie sich impfen. Jede Impfung gibt dem Virus weniger Chancen. Jede Impfung trägt dazu bei, der Überlastung des Gesundheitssystems entgegenzutreten. Jede Impfung macht Beschränkungen des Alltags weniger notwendig. Solange wir Beschränkungen noch brauchen, stellen wir als Gesetzgeber aber natürlich einen effektiven Instrumentenkasten bereit. Oberstes Gebot ist und bleibt für uns Freie Demokraten die Wahrung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes. Pauschale Ausgangssperren, Einzelhandels- und Schulschließungen bleiben tabu. In diesem Sinne freue ich mich auf die weitere Beratung. Nächste Rednerin für die AfD-Fraktion, Frau Dr. Christina Baum, die ihre erste Rede im Deutschen Bundestag hält. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Jahre 2020 und 2021 werden in die Geschichte Deutschlands eingehen, als die Jahre der Angstmache, des Terrors, der Willkür, der Knechtschaft des Volkes und des totalen Versagens der Regierung mitsamt der Altparteien-Opposition und ihrem politmedialen Anhang. Die Corona-Situation wurde von einigen wenigen auserwählten Experten von Beginn an falsch bewertet und dementsprechend politisch falsch agiert. In der Medizin gilt der unumstößliche Grundsatz, dass die Therapie nicht schädlicher sein darf als die Krankheit selbst. Dieses Prinzip haben Sie jedoch von Anfang an missachtet. Die dramatischen Folgen der bisherigen Coronapolitik, die das Leben vieler Menschen tagtäglich zur Hölle machen, erreichen mit der geplanten Gesetzesänderung zur partiellen Zwangsimpfung nun den bisherigen Höhepunkt der Grausamkeiten. Nachdem der Maßnahmenterror mit massiver Erpressung und Nötigung durch ständig neue Schikanen bis heute anscheinend nicht den gewünschten Erfolg brachte, soll es nun die Vergewaltigung von Teilen des Volkes durch den Impfzwang richten. Ich hoffe sehr, dass es den Mitgliedern der Ständigen Impfkommission bewusst ist, welche Verantwortung auf Ihren Schultern lastet und kann Ihnen nur raten, nicht erneut vor politischen Forderungen einzuknicken. Ohne nachgewiesenen medizinisch-epidemiologischen Nutzen, bei gleichzeitig fatalen Impfrisiken und Impfnebenwirkungen, muss die STIKO Autorität beweisen, ihre Empfehlung zurückziehen und dieses Gesetz stoppen. Ansonsten werden die Politiker die Verantwortung eines Tages auf Sie abwälzen und Sie zum Sündenbock machen, falls das Impfexperiment schiefgeht. Eine Rüge eines unqualifizierten Herrn Söder oder eines Herrn Lauterbach ist ertragbar. Die Verantwortung für Schäden oder gar Todesfälle, insbesondere unter Kindern und Jugendlichen, werden sich die Mitglieder der STIKO niemals verzeihen können. Ich wende mich heute explizit an die STIKO, weil ich von den verblendeten Menschen dieses Hauses hier, von der verblendeten Mehrheit, nichts mehr erwarte. Durch die namentliche Abstimmung zu diesem Gesetz werden die Bürger zumindest genau wissen, wen sie zu gegebener Zeit zur Rechenschaft ziehen müssen. Allen Vollstreckern und Mitläufern dieses Corona-Regimes möchte ich ein Zitat von Bertolt Brecht in Erinnerung rufen. Wer die Wahrheit nicht weiß, der ist bloß ein Dummkopf. Aber wer sie weiß und sie eine Lüge nennt, der ist ein Verbrecher. Jetzt möchte ich noch ein paar persönliche Worte an Sie richten. Ihre Redezeit geht zu Ende. Ein letzter Satz, bitte. Sie hat mir kein Berufsverbot auferlegt, als ich 1985 einen Ausreiseantrag stellte. Sie tun das mit diesem Gesetz heute. Es tut mir leid für meine vielen lieben Patienten. Ich bedanke mich. Christina Baum von der AfD-Fraktion war das mit ihrer ersten Rede. Sie ist vom Beruf Zahnärztin. 736 Abgeordnete hat ja dieser neue Bundestag. Und es sind auch zwei Fraktionslose hier unter diesen 736. Das ist einmal Stefan Seidler für den SSW, für den Südschlesischen Wählerverband. Und das ist hier Matthias Helfrich. Meine Damen und Herren Abgeordnete, mit der Erlaubnis des von mir hochgeschätzten Präsidiums zitiere ich nunmehr aus Zuschriften von jenen Teilen unseres Volkes, deren Sorgen und Nöte Sie vielleicht als 2G-Schickeria vom Gendarmenmarkt längst vergessen haben. Mein Sohn ist 38 Jahre alt. Unmittelbar nach der Drittimpfung wurde er halbseitig gelähmt ins Krankenhaus eingeliefert. Er hatte einen Schlaganfall und ist seitdem auf Pflege angewiesen. Bitte stimmen Sie gegen den Impfzwang. Sobald die Impfpflicht kommt, werde ich nicht mehr als Ärztin tätig sein und mich beruflich umorientieren. Vielleicht werde ich Deutschland verlassen. Wir sind Pflegeazubis. Viele von uns wollen sich nicht impfen lassen. Aus Sorge um unsere Patienten verzichten wir schon jetzt auf unnötige Kontakte zu anderen Menschen und lassen uns jeden Tag testen, wenn nun die Impfpflicht kommt und wir unserer persönlichen Entscheidung beraubt werden, werden wir unsere Ausbildung abbrechen. Werte Kollegen, Dr. Schäuble wies in seiner Rede zur Konstituierung des 20. Deutschen Bundestages uns alle bereits auf den Unterschied zwischen Repräsentanz und Repräsentativität hin. Heute ist es auch die Aufgabe in diesem Hause, all jenen eine Stimme zu verleihen, die in den letzten zwei Jahren die Pandemie nicht durch Talkshow-Auftritte oder politische Sonntagsreden Wohlfall begleitet, sondern in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen mit Tatkraft bekämpft haben. Als Sie Millionen Fremde ins Land holten und diese mit einem Bleiberecht versahen, da haben Sie sich auf die Menschenwürde berufen. Wenn Sie in Abtreibungsfragen My Body, My Choice propagieren, begründen Sie dies mit der Menschenwürde und dem Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen. Sie tragen die Menschenwürde immer dann wie eine Monstranz vor sich her, wenn es gerade in Ihre politische Agenda passt. Damals wie heute scheint also zu gelten, wer Menschheit sagt, will betrügen. Doch was bedeutet der Artikel 1 Grundgesetz, der die Menschenwürde statuiert eigentlich? Dieser Artikel wird verletzt, wenn der konkrete Mensch zum Objekt, zu einem bloßen Mittel, zur vertretbaren Größe herabgewürdigt wird. Ich bitte Sie, werte Kollegen, machen Sie nicht unzählige von Pflegekräften in Deutschland zu Objekten staatlichen Handelns, gönnen Sie sich einen Booster für Ihr Gewissen und stimmen Sie gegen diese Gesetzesänderung. Matthias Helferich bekommt hier Applaus aus der AfD-Fraktion. Er ist über die nordrhein-westfälische Landesliste der AfD in den Bundestag eingezogen, ist aber fraktionslos, weil die Fraktion ihn nicht aufgenommen hat, da er in älteren Chats sich selbst als freundliches Gesicht des NS bezeichnet hatte und die AfD-Fraktion ihn nicht aufgenommen hat. Jetzt hören wir Tino Sorge für die CDU-CSU-Fraktion. Dass gerade mal ein Monat alt ist und jetzt schon wieder korrigiert werden muss in wesentlichen Punkten. Und das ist auch dringend, dringend nötig, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und gerade vor dem Hintergrund, dass wir vor einigen Tagen den Hunderttausendsten Corona-Toten zu beklagen hatten, war das natürlich eine Geschichte mit Ansage. Und das kann ich Ihnen auch nicht ersparen. Das kann ich wieder den Kolleginnen und Kollegen von der FDP, auch Herrn Lindner, nicht ersparen. Wir haben als Union immer davor gewarnt. Wir haben gesagt, es ist ein Fehler, im November schon die bewährten Instrumente den Ländern aus der Hand zu schlagen. Es wäre ein Fehler, den Ländern die Rechtssicherheit zu nehmen. Und es wäre ein Fehler, gerade jetzt in der Hochphase der Pandemie Planungen für den Winter hinein zu verkomplizieren. Die schlechte Nachricht ist, genau diese Fehler haben Sie als links-gelbe Koalition gemacht. Und das können wir Ihnen leider nicht ersparen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und jetzt könnte man sagen, das ist alles vergossene Milch. Aber es wäre dann wenigstens richtig gewesen, wenn Sie diese Rolle rückwärts, die Sie jetzt gerade tätigen, konsequent gemacht hätten. Aber das machen Sie ja auch nicht. Wir haben es gehört, warum brauchen wir das, damit die Länder ihre Schutzmaßnahmen fortführen können. Wir haben diese hanebüchende Situation beispielsweise in Berlin, dass Clubs und Diskotheken nicht geschlossen werden können, weil sie ja gastronomische Einrichtungen auch sind. Wir können jetzt in Clubs gehen in Berlin. Es herrscht aber ein Tanzverbot. Also insofern versteht diese Dinge niemand. Und insofern kann man auch nur sagen, machen Sie sich auch ehrlich. Sie haben ja das Thema angesprochene Impfpflicht, einrichtungsbezogene Impfpflicht. Da ist es völlig richtig, dass wir darüber sprechen, dass gerade diejenigen, die mit besonders vulnerablen Gruppen zu tun haben, natürlich ihr Risiko, sich und andere zu infizieren, minimieren. Aber warum statuieren Sie diese Impfpflicht dann nicht für den Kita-Bereich, für Schulen? Sind Ihnen Kinder weniger wert? Kein Wort in diesem Gesetzentwurf, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn Sie es ehrlich meinen würden, dann würden Sie auch zu der Corona-Prämie, die Sie ja vollmundig angekündigt haben, 3.000 Euro, irgendetwas in diesem Gesetz sagen, wird nicht gemacht. Insofern auch hier Fehlanzeige. Und ein Punkt, liebe Kolleginnen und Kollegen, den wir Ihnen auch nicht durchgehen lassen werden, ist das Thema Impfpflicht. Wir werden in den nächsten Wochen, Monaten über eine allgemeine Impfpflicht debattieren müssen. Und da ist es ein absoluter Taschenspielertrick, dass Sie jetzt nicht mal die Kraft haben, innerhalb der neuen linksgelben Koalition sich eine einheitliche Meinung zu bilden. Da kommen dann diese Taschenspielertricks, dass es Gruppenanträge geben soll, dass wir möglicherweise unterschiedliche Anträge debattieren könnten. Sagen Sie den Menschen ganz klar, in welche Richtung es geht. Wir stehen Ihnen als Opposition konstruktiv zur Seite. Insofern sagen Sie, wohin Sie wollen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn ich konstruktiv sage, möchte ich aber noch ein Wort an den designierten Bundesgesundheitsminister richten. Er sitzt gerade, ich sehe gerade, in der letzten Reihe. Und ihm natürlich zu seinem Amt gratulieren. Die meisten von uns haben ihn sicherlich häufiger im Fernsehen oder im Radio erlebt. Aber auch wenn das für Anne Will und Markus Lanz das Aus bedeutet, beziehungsweise sie vor dem Nichts stehen. Wir als Union gratulieren Karl Lauterbach ganz, ganz herzlich zu seinem neuen Amt. Wir schätzen auch seine Fachkenntnis. Wir wünschen ihm ein glückliches Händchen in der neuen Koalition für die Menschen in unserem Land. Und gleichzeitig möchte ich das auch mit einem Dank an den scheidenden Gesundheitsminister Jens Spahn verbinden, der in den letzten Monaten bei vielen Streitthemen immer die beliebteste Zielscheibe, wenn auch nicht immer die richtige war. Vielen Dank an ihn, was er in der Pandemie geleistet hat. Und wir bieten ihn an als Oppositionsfraktion eine konstruktive Mitarbeit, werden aber trotzdem in Zukunft weiterhin den Finger in die Wunde legen, damit wir die Gesetze verbessern können und dass wir mit Ihnen als Opposition immer darüber streiten werden, was das Beste für unser Land ist. In diesem Sinne herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ich möchte mit der, ich denke, bedenkenswerten Aussage einer jungen Long-Covid-Patientin beginnen, die gestern Abend im Fernsehen zu sehen war. Mein Körper ist, wie wenn er neue Spielregeln hätte, und ich habe kein Mitspracherecht mehr. Meine Damen und Herren, 10 bis 20 Prozent aller jungen Menschen, die an Covid erkranken, bekommen Long-Covid, und das mit verheerenden Folgen. Haarausfall, Herzmuskelentzündungen, dauerhafte Müdigkeit, Diabetes, Gedächtnisverluste oder Muskel- und Nervenschmerzen. Einige von Ihnen sind über Monate und Jahre arbeitsunfähig. Viele werden es für immer sein. Deshalb ist das, was wir tun müssen, Menschen schützen, gegebenenfalls auch vor sich selbst. Für mich als Sozialpolitiker steht aber die Arbeitswelt besonders im Fokus. Dort, wo die Fäden von Wirtschaft und Gesellschaft zusammenlaufen, dort müssen wir mehr Unterstützung bieten. Dafür haben wir das Infektionsschutzgesetz mit 3G am Arbeitsplatz, eine Homeoffice-Pflicht, betrieblichen Hygieneplänen und der Ausweitung des Kurzarbeitergeldes bis zum 31. März geschärft. Dafür haben wir auf der letzten Ministerkonferenz weitere Maßnahmen besprochen, die wir heute beschließen und die ich befürworte. Dazu gehören die Ausweitung der Zuverdienstgrenzen, Härtefällen und auch die betriebliche Impfpflicht, die für Pflegeberufe gelten soll. Und dabei ich nicht denke, dass sie diesen so wichtigen Berufsstand diskriminiert. Stattdessen soll sie helfen, Ansteckungen der Pflegenden und der zu Betreuenden zu vermeiden. Gerade mit Blick auf das unfassbare Leid auf den Intensivstationen und den Reha-Kliniken, aber auch mit Blick auf die großen Sorgen und Nöte derer, die um ihre Existenzen bangen, deren Ersparnisse aufgebraucht sind, deren Restaurants leer sind und die derzeit, so ist es zumindest in der Gastronomie, mit Stornierungen von 90 Prozent zu kämpfen haben, bitte ich um ihre Zustimmung für mehr Impfprementation und andere Maßnahmen, die wir heute beschließen. Das Virus ist schnell und anpassungsfähig. Deshalb müssen wir ebenso schnell und anpassungsfähig reagieren. Da bleibt nicht viel Zeit für Diskussionen. Handeln ist gefragt. Und wir werden noch oft hier nachbessern müssen und oft handeln und weniger hoffentlich diskutieren über Dinge, die eigentlich schon längst gesagt sind. Und ich möchte Sie noch für ein weiteres Thema sensibilisieren, das wir anpacken sollten, auch wenn das heute nicht zur Debatte steht, nämlich die Anerkennung von Corona als Berufskrankheit, auch für die, die nicht in Pflegeberufen arbeiten. Hier gibt es noch viel zu tun, aber in erster Linie hilft Impfen, Impfen, Impfen. Deshalb denken Sie daran, wenn Sie sich und Ihre Familien schützen wollen, werden wir um diese Maßnahmen nicht herumkommen. Herzlichen Dank. Glück auf. Das sagte Michael Gerdes. Für die SPD-Fraktion einen vollständigen Grundschutz haben mit den meistens ja nötigen zwei Spritzen mindestens im Moment in Deutschland 57,4 Millionen Menschen. Das entspricht rund 70 Prozent der Bevölkerung. So, letzter Redner für heute zu dieser ersten Beratung. Jan-Marco Lutschak für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, Fehler einzugestehen, das zeigt von Größe. Fehler einzugestehen, das ist im privaten Bereich schon nicht leicht und auch und gerade in der Politik ist es besonders schwer. Insofern, finde ich, kann man die Ampel an der Stelle durchaus einmal loben, dass sie erkannt hat, dass sie uns, dass sie dem Deutschen Bundestag einen völlig unzureichenden Instrumentenkasten ganz am Anfang vorgelegt hat. Dass sie erkannt hat, dass auch die Nachbesserung, die sie vorgenommen hat, jetzt auch nicht ausreicht, dass wir zum wiederholten Male hier im Deutschen Bundestag darüber diskutieren, wie wir das Infektionsschutzgesetz so gestalten können, dass wir effektiv die Pandemie bekämpfen können. Und insofern mache ich Ihnen persönlich auch gar keinen Vorwurf, dass Sie Fehler gemacht haben. Fehler machen, das ist menschlich, das kann immer vorkommen und auch in der Politik. Ich mache Ihnen auch keinen Vorwurf darüber, dass es erst auf den massiven öffentlichen Druck und auch auf den massiven Druck, den wir hier aus dem Parlament als CDU-CSU-Fraktion Ihnen gemacht haben, dass Sie erst dann erkannt haben, dass Sie handeln müssen. Das mache ich Ihnen alles nicht zum Vorwurf. Was ich Ihnen aber zum Vorwurf mache, dass Sie auf halber Strecke stehen bleiben. Sie bleiben auf halber Strecke stehen. Die epidemische Lage, das ist das Instrument der Wahl. Und Sie wissen das auch. Alle Ihre Redner haben die Inzidenzzahlen, die Hospitalisierungsraten und viele Dinge mehr gesagt, die ganz klar sagen, wir haben eine epidemische Notlage. Und das wäre das Instrument der Wahl, um den Ländern die notwendige Flexibilität zu geben, um die Pandemie effektiv zu bekämpfen. Aber Sie trauen sich nicht, diesen Schritt zu gehen. Und das müssen Sie sich ankreiden. Das ist ein Fehler, den Sie hier machen an der Stelle. Und auch, wenn man sich jetzt anschaut, was Sie jetzt nachbessern im Infektionsschutzgesetz im 28a Absatz 8. Auch da bleiben Sie auf halber Strecke stehen. Fitnessstudios können weiter offen bleiben. Schwimmhallen bleiben weiter geöffnet. Versammlungen bleiben weiter möglich. Reisen können nicht eingeschränkt werden, bleiben weiter möglich. Übernachtungsmöglichkeiten bleiben weiter möglich. Es gibt auch keine Ausgangsbeschränkungen. Und auch bei den Schulen. Natürlich will kein Mensch, dass wir Schulen schließen. Aber ich kann nur mal sagen, wir haben jetzt eine neue Variante, Omikron. Und wir wissen noch nicht, wie die Studien weitergehen werden. Aber wir sehen eben jetzt, dass die Hospitalisierungsraten bei kleinen Kindern eben jetzt schon besonders hoch sind. Und ich finde an dieser Stelle, und darum geht es, und da will ich jetzt an der Stelle auch noch mal den Kollegen Lauterbach, dem natürlich auch sehr viel Glück wünsche zu seiner neuen Position. Ja, da können Sie den Daumen hoch machen und warten Sie. Ich habe Sie in den vergangenen Reden hier immer angesprochen, weil ich Sie persönlich schätze und auch Ihre Meinung immer schätze, die immer sehr klar und deutlich gesagt hat, was ist notwendig, um diese Pandemie effektiv zu bekämpfen. Sie haben sich in Ihrer Fraktion nie durchsetzen können. Ich hoffe, das wird jetzt als Bundesgesundheitsminister anders. Sie haben aber, Herr Lauterbach, gesagt, jetzt gerade bei Anne Will, Sie schließen einen Lockdown nicht aus. Das, was Sie uns jetzt hier als Rechtsgrundlage geben, das schließt einen Lockdown aus, weil es nämlich nicht mehr möglich sein wird. Und deswegen finde ich, wir sind in einer Phase der Pandemie, wo niemand von uns vorhersehen kann, wie es in den nächsten Wochen weitergeht. Niemand von uns will einen Lockdown. Niemand will Stühlen schließen. Niemand will Ausgangsbeschränken. Wir alle wissen aber nicht, wie es weitergeht. Und deswegen geht es doch darum, jetzt einen möglichst breiten Instrumentenkasten zu haben, damit die Länder zielgenau effektiv schützen können, die Menschen in ihrer Gesundheit und auch in ihrer Freiheit. Und darum geht es. Und das machen Sie nicht als Ampel. Und das müssen Sie sich ankreiden lassen, meine Damen und Herren. Herr Lutschak, ich habe jetzt mehrere Wortmeldungen. Einmal aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Frau Hasselmann. Möchten Sie das zulassen? Immer gerne. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank auch, Herr Kollege Lutschak, für die Möglichkeit, Ihnen eine Zwischenfrage zu stellen. Ich möchte Sie fragen, wann Sie endlich aufhören mit dieser Geschichte. Angesichts der dramatischen Lage, die wir haben, sowohl auf den Intensivstationen, als auch für die Betroffenen, als auch bei der Unterversorgung, beim Boostern und all den Problemen, die da sind, wo Sie wissen, dass die Frage, ob hier eine Rechtsnorm epidemische Lage verabschiedet wird oder nicht, überhaupt keine Relevanz hat. Wann hören Sie endlich auf mit dieser Geschichte? Das ist meine erste Frage. Die verbinde ich mit dem Hinweis darauf. Ich habe das letztes Wochenende schon gesehen. Da stiegen Sie ja ein in eine Debatte in den sozialen Netzwerken. Der arme Ministerpräsident aus Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst, hätte nicht verhindern können, dass im Kölner Fußballstadion sich 50.000 Fans ohne Maske versammelt haben und dass sich beim Kölner Karneval 25.000 Menschen im Straßenkarneval versammelt haben. Wann hören Sie auf, den Menschen solche Geschichten zu erzählen? Alles war rechtlich möglich. Dafür braucht es diese Gesetzesänderung nicht. Alleine zum Beispiel, der Ministerpräsident aus Nordrhein-Westfalen hatte es nicht im Kreuz, das zu veranlassen. Das war der Punkt. Und hier braucht es seine Änderung und das Parlament entscheidet. Liebe Frau Kollegin Hassemann, vielen Dank für die Zwischenfrage. Ich möchte Sie zurückfangen. Wann hören Sie endlich auf, den Menschen da draußen, die uns jetzt zuhören, zu verkaufen, dass das, was Sie uns jetzt hier vorlegen, völlig identisch wäre mit dem, was wir bei der epidemischen Lage könnten? Das ist nicht so. Hören Sie auf, den Menschen hier Märchen zu erzählen. Natürlich ist es richtig. Natürlich hätten die Ministerpräsidenten an vielen Stellen auch mehr machen können. Das hat auch nie jemand irgendwie kritisiert. Aber wir reden doch jetzt über eine Vorlage, die Sie uns als Ampel hier präsentieren. Und ich habe gerade genannt, was eben nicht mehr möglich ist, wenn Sie nicht die epidemische Lage wieder aktivieren. Es ist so, dass die Fitnessstudios offen bleiben. Sie können Sie nicht untersagen. Sie können auch nicht die Schwimmhallen schließen. Sie können viele andere Dinge nicht machen, was unter der epidemischen Lage möglich gewesen wäre. Und deswegen noch einmal, niemand von uns will das. Niemand will den Lockdown. Aber wenn der zukünftige, der designierte Bundesgesundheitsminister sagt, denen die Menschen vertrauen, die vertrauen darauf, was er ihnen in der Pandemie gesagt hat, was notwendig ist, und wenn Sie auf den schon nicht hören und sagen, wir legen hier etwas vor, was all das ausschließt, dann ist das nicht glaubwürdig an dieser Stelle. Und deswegen muss ich Ihre Frage da einfach zurückweisen. Das ist nicht in Ordnung. Herr Lutschak, ich habe noch eine weitere Frage aus der AfD-Fraktion, der Herr sichert. Lassen Sie die zu. Nee, AfD-Fraktion, da haben wir viel zu viel von gehört. Dann habe ich noch eine weitere Frage von Herrn Lauterbach. Lassen Sie diese Frage zu. Immer sehr gerne, Herr Lauterbach. Der designierte Gesundheitsminister. Vielen Dank, Herr Lutschak, erstmal für die großzügige Bewertung der Arbeit, die wir noch vor uns haben. Sie haben darauf hingewiesen, dass ich in den sozialen Medien, in den Referaten, in den Talkshows darauf hingewiesen habe, dass wir einen Lockdown nicht ausschließen können. Und das ist tatsächlich die epidemiologische Bewertung. Es kann durchaus sein, wonach es im Moment nicht aussieht, aber es kann durchaus sein, dass die Omikron-Variante sowohl die Flucht vor den Impfstoffen mit einer schnelleren Verbreitung verbindet. Wenn diese Kombination stattfindet, was wir nicht hoffen, dann ist es so, dass wir an einem weiteren Lockdown nicht vorbeikommen werden. So ist die Lage, das einzuräumen. Aber das Parlament, das haben Sie doch selbst, das müssen Sie doch, das ist auch meine Frage, das müssen Sie doch zugeben, das Parlament hat doch darum gebeten, an diesen existenziellen Fragen mitarbeiten zu können. Und daher werden wir diese Brücke, die werden wir überqueren, wenn wir an der Brücke angekommen sind. Und zwar mit dem Parlament, wir alle gemeinsam. Und nicht jetzt. Nicht jetzt. Und das ist aus meiner Sicht der Geist, in dem wir das hier machen sollten. Wir sollten uns in der Pandemie nicht gegenseitig kritisieren für Fehler, die wir gemacht haben, über alle Maßen. Das tue ich auch nicht. Ich könnte viel erzählen, was ich nicht tue. Wir müssen zusammenhalten. Aber wir dürfen die Bürger nicht verunsichern, dass wir Instrumente abgegeben hätten für lange Zeit. Wenn wir diese Instrumente benötigen, dann werden wir sie hier im Parlament sofort einsetzen. Zunächst einmal, Herr Kollege Lauterbach, bin ich ganz bei Ihnen, wenn es darum geht, dass wir gemeinsam die Pandemie bekämpfen müssen. Und uns nicht gegenseitig Fehler vorhalten sollten. Allerdings, und das gehört auch zu der Aufgabe, die wir als Opposition hier im Deutschen Bundestag haben, dass wir natürlich darauf hinweisen, wenn Sie erneut Fehler machen. Und ich habe darauf hingewiesen, dass das, was die Ampel uns vorgelegt hat, zunächst ein völlig unzureichendes Gesetz war. Das haben Sie erkannt. Dann haben Sie im Gesetzgebungsverfahren, es ist hier darauf hingewiesen worden, über 60 Seiten Änderungsanträge gemacht. Über 60 Seiten. Jetzt, zwei Wochen später, stehen wir wieder hier am Pult und reden wieder darüber, dass nachgebessert werden muss. Und das ist schon etwas, wo ich glaube, dass die Leute da draußen auch schon wissen müssen, wie die Ampel an dieser Stelle vorgeht. So, und jetzt will ich schon nochmal sagen, Sie sagen es jetzt ja selber, einen Lockdown können wir nicht ausschließen. Und Sie sagen, wir müssen das Parlament daran beteiligen. Bin ich auch ganz bei Ihnen. Aber was ist denn der Fall? Die epidemische Lage von nationaler Tragweite, wer beschließt die denn? Das sind doch nicht irgendwie die Länder. Das ist das Parlament, das ist der Deutsche Bundestag. Das sind wir, die das beschließen. Und deswegen sagen wir, wir wollen vorbereitet sein. Wenn das, was Sie jetzt skizzieren, eintritt, dass Omikron eine höhere Ansteckung hat, dass möglicherweise die Impfstoffe nicht mehr wirken, das können wir heute alles noch nicht sagen. Es kann aber sein, dass wir das in zwei oder drei Wochen wissen, dass die Zahlen so hochgehen und dass wir darauf vorbereitet sind. Darum geht es uns. Und nochmal, damit will ich mit einem wirklich weit verbreiteten Vorurteil auch an der Stelle aufräumen. Die Feststellung der epidemischen Lage, die bedeutet als solche erstmal gar nichts. Damit ist kein Grundrechtseingriff verbunden, überhaupt nicht, sondern es obliegt dann den Ländern, schnell und effektiv und natürlich auch verhältnismäßig handeln zu können. Aber Sie müssen es können, und darum geht es, möglichst dieses Instrumentenkasten zu erweitern. Ich möchte einen letzten Punkt noch ansprechen. Das ist die Impfpflicht. Ich finde es gut und richtig, dass jetzt eine einrichtungsbezogene Impfpflicht kommt, dass wir das jetzt installieren. Ich glaube aber persönlich, wir dürfen dabei nicht stehen bleiben. Wir brauchen auch eine allgemeine Impfpflicht, weil wir heute einen Stand haben, dass 15 Millionen Menschen, 15 Millionen Erwachsene ungeimpft in unserem Land sind. Und wenn wir nicht zu einer höheren Impfquote kommen, wir wissen alle, Impfen ist der Weg aus der Pandemie. Wenn wir nicht zu einer höheren Impfquote kommen, dann werden wir immer neue Wellen haben. Wir werden neue Motivationen haben, wir werden neue Freiheitseinschränkungen haben und wir werden auch überlastete Intensivstationen haben. Und deswegen finde ich, dürfen wir bei dieser Debatte nicht nur den Blick auf die Freiheit der Ungeimpften nehmen, sondern wir müssen auch auf die Freiheit der Geimpften gucken, auf die Gesundheit der Geimpften, die wir jetzt massiv durch neue Maßnahmen immer wieder beschränken müssen. Und deswegen glaube ich, dass die Ampel hier einen Gesetzentwurf vorlegen muss. Das ist keine Gewissensfrage, sondern Sie kaschieren mit einem durchsichtigen politischen Manöver, dass Sie keine eigene Mehrheit in der Ampel haben. Und deswegen sage ich auch mal an den designierten Bundeskanzler, Herrn Scholz, Sie haben mal gesagt, wer Führung bestellt, der bekommt Führung. Dann führen Sie und legen Sie hier einen Gesetzentwurf vor, zeigen Sie, dass Sie handeln können und ducken Sie sich nicht hinter einer Gewissensentscheidung des Parlaments weg. Das Wort zu einer Kurzintervention hat der Abgeordnete Sichert aus der AfD-Fraktion. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Luczak, Sie haben gerade gesagt, dass die Hospitalisierungsrate...